Ob hell, dunkel, getigert oder gefleckt, Katzen findet doch fast jeder süß. Seit über 9000 Jahren leben sie schon auf der Erde und zählen zu den beliebtesten Haustieren der Menschen. Am heutigen 8. August ist wieder internationaler Katzentag, welcher im Jahre 2002 durch die International Fund for Animal Affair ausgerufen wurde. Das Tierheim Cottbus möchte diesem Ehrentag auch Rechnung tragen. Bei uns sind zurzeit über 170 Stumentiger, die sich freuen würden, sie besuchen zu können. Und aus dem Grund macht das Tierheim Cottbus eine Öffnungszeit in der Veränderung von am 9. August von 9 bis 14 Uhr. Und wie gesagt, unsere Stumentiger würden sich freuen, wenn sie dem Tierheim einen Besuch abstatten würden und sich davon überzeugen, vielleicht ja auch einen zu finden, der ein neues Zuhause bei ihnen bekommt. Die Katze begleitet den Menschen bereits seit Jahrtausenden. Sie gilt als nicht wirtschaftlich genutztes Haustier, was die Verbindung zwischen Mensch und Katze so einzigartig macht. Und wenn sie selbst ein Tierliebhaber sind und in den Genuss eines Kätzchens kommen wollen, werden sie vielleicht im Tierheim Cottbus fündig. Das Tierheim Cottbus fündig. Untertitelung des ZDF, 2020